hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge crime scene cleaner in der letzten folge falls ihr die noch nicht gesehen habt könnt ihr noch nachholen auf jeden fall habe ich da den vip bereich gemacht und da oben so eine kleine bilder galerie hat schon ziemlich aufgehalten jetzt geht es hier weiter komische skulptur da wahrscheinlich nicht da muss er hin okay also muss auf jeden fall immer die gegenstände suchen da habe ich den mann einmal hin das war der von drüben da hinten die gegenstände in den verschiedenen bereichen muss man auf jeden fall suchen denn dann doch ein bisschen verstreut was haben wir denn von rein ich ja noch neu einigungs kraft auf allen oberflächen ich brauche es noch nicht das geht noch so so auf jeden fall der größte auftrag bis jetzt hey aber was drin ist anscheinend kunst hier wenn man das so nennen kann oder stuhl das oder bleibt hier die kissen die von hier was ist hier mit dem tisch ja ist ja gut oh jetzt wo kommt das denken da fehlt noch ein stuhl da fehlt so ein kleiner tisch was soll es kommt hier hin was ist denn jetzt mal ein eimer da kommt noch so ein stuhl hin der ist noch irgendwo äh roter stuhl zwei stück ist der da vielleicht ne der muss hier bleiben okay schauen wir mal da ist alles gelb da ist schon mal ein tisch wo war denn der tisch da oben alter ist auch noch dreckig bleib bleib na komm da oben kannst du da oben auch noch hin bleib oben ja er bleibt da muss er hin auch noch dreckig jetzt fehlt hier noch ein stuhl da ist doch einer was macht denn hier bei dem t-rex na komm hallo ahn ich will doch nur hier drauf noch ein ruder stuhl filter zwei sogar da ist einer wo war denn der jetzt der war da hinten zack und noch so ein halbrundes ding nö da ist nix hier sieht es auch netter noch aus gelber stuhl den brauchen wir auch hier drüben kann man gleich mal mitnehmen ruder stuhl wo bist du ruder stuhl wo bist du nö oder vielleicht ist es doch hier drin nö da ist er doch da ist er doch in einem kleinen leverandier Nou dann ist es so und hier ist der Stuhl noch versteckt da da ist der Stuhl noch versteckt in einem kleinen Läberandier da ist der Stuhl noch versteckt auch noch Gehört der Entscheiden noch hier zu dem Roten dazu. In den Stellen. Äh. Ich glaub, ich schmal ein bisschen. Woher muss denn du halt? Wie soll ich dreckig gewesen sein? und das normale Kinderzug hier anscheinend darstellen was aufmachen? Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, 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 Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. Gut, das kann man schon mal aufstellen. So, ja. Die ist zu. Aber das gehört zu. Mit dem großen Raum. Na, naja. Schau, schau ich mal. Da gehe ich. Der auch. Das kann man aufstellen. Das ist da hin. So, ja. Das ist da oben so. ist ja cool. sieht aus wie so. Kassetten. Aha, okay. Okay. einer versteck, okay. Das habe ich schon gesehen. Da kann man den ja auch gleich mitmachen. Schönen persischen Teppich hier. Ich muss dann glaube ich echt mal rein hier rein machen. Geht manchmal stellenweise doch ziemlich schlicht. Was säufst du denn? Das ist halt dein Job. Kannst du auch nicht erinnern. Meine Güte, da braucht er ewig hier der Teppich. Gut, das reicht denke ich mal. Zack. Ziehen wir irgendwas? Nö. Und das? Ja nochmal ne Tür. Aha, da geht's hier nach draußen. Okay. Das muss bestimmt mit raus. Irgendwo dann da hin. Das Leiche? Nö. Das Figur. Äh, das muss... Da hin. Die kann man hinstellen. Das ist Leiche. Ja, fällst du rein? Nö. Jetzt. Ich werde jetzt erst mal hier wischi wischi machen. Ne Gitarre, da hatte ich doch auch schon mal eine. Da hatte ich auch schon mal eine, das weiß ich. Gut, das sieht zauber aus. Das passt hier hin. Gitarre hier. Oh? Äh. Wett. Das lacht eben noch nicht da. Okay. Das war ein bisschen gruselig. Kann ich die denn jetzt... Ich muss die doch drehen. Irgendwie. Da ist auch noch so eine Figur. Mit hier raus. Ist die auch noch hier hin? Ne. Das kann aber schon mal raus. Das muss da bestimmt nicht drin bleiben. So, die Figur zeigte mir nicht an, dass die da hin muss. Aber das Schlagzeug noch. Ja, ich kann die halt nicht drehen, dass die da hin geht. Äh. Hallo. Und du halt. So, die andere Gitarre. Ich hab die gesehen. Ich glaub, die war... Die da vorne hingeschmissen. Äh. Äh. Ja. Die war hier in dem VIP-Bereich. Brauche ich den jetzt? Nö. Ja. Perfekt. Ich werde nur noch hier ins Schlagzeug. Okay. Hier hab ich mir aber jetzt einen Wolf gesucht. Äh. Das Schlagzeug ist hier. Neben dem roten Raum. Der roten Tür. Da steht's. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Äh. Da hinten muss es sein. Okay. Okay. Und dreckig ist es auch noch. Aber jetzt aber. Okay. War ich denn jetzt hier in dem Raum? Dem da war ich. Na gut. Wie es hier weitergeht in dem Museum seht ihr in der nächsten Folge von Crime Scene Cleaner. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.